Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge MINDRAFT. Ich gehe auf WONDERBUCK CHALLENGE und dann auf WEITERSPIELEN. Ich habe schon seit ein bisschen weiter gespielt, nur ein paar Blöcke abgebaut, habe ich eine Doppelkiste bekommen. Das habe ich noch nicht aufgemacht, und zwischendurch habe ich auch etwas Kuh und Pilzkuhe. Sehr viele Tiere habe ich noch bekommen. Ja, also immerhin, die Doppelkiste habe ich noch nicht aufgemacht. Ich dachte, mal zusammen. So, und habe ich auch zwischendurch ein, zwei Wildscher bekommen. Die zwei netten Wildscher, nur zwei habe ich bekommen, drei und drei sogar habe ich auch noch bekommen. Ja, das ist noch leer, die hier. Und jetzt mache ich mal die Doppelkiste mal auf. So, und was bekomme ich? Oh, ja. Ja, das ist schon mal gut. Vergift Punkt 2. Ja, das ist schon mal gut. Okay, alles mitzunehmen, Hand und Heilung, Vergiftung, Würfel, okay. Dann zehn, einmal, zweimal, ist gut. Ähm, wo packe ich es hin? Hier hin. Pfeiler, Kiste. So. So. Ähm, nächste Kiste. Ähm, nächste Kiste. Änderung. Und oben kommen die Hände hin. Und klein bisschen aufgeteilt. Vergiftung. Und zwei Äpfel noch. So. Waffe. Waffe. Ampuss. Ist gut. Dann nächstes Schwert. Heilung. Ja, ist schon mal gut. Oder was sagt ihr? So, einräumen. So, einräumen. Ne, mach ich noch kein hin. Heilung. Ne, Scherke. Alles heilen. Vielleicht brauche ich ja, vielleicht, irgendwann, später nochmal. Schwert. Eins, zwei. Hose. Ne, so rum. So rum. So rum. Dann. Die hier bogen. Und meine, ach. gut. Ich baue die hier ab. Einmal. Und zweimal. Wolle. Dornakur. Und Pilzkur. Gut. Dann. Ach, weshalb es keine Diamant schreift. Aber. Holz. Erz. Und weiter. Dann. Ach, weshalb es keine Diamant schreift. Ich würde heute als Diamant-Arzt bleiben. Erstmal. Lohne. Wie viel Eisen habe ich? Ähm. Was ist hier? Diamant. Okay. Eisen. Dann mache ich mal eine Schere. Rein. Rein. Essen. Essen. Examen. Getichte. Holz. ein bisschen Holz und die Erde kommt einfach hier unten hin, ja eine Schere, ich fahre mal etwas Wolle, Wolle fahre man, könnte ich mal hier hauen, Wolle Wolle Wolle, das ist für die Betchen, Paul, wo er ist. Wie komme ich hier bitte aus? Ich mache sowas nicht gerne, aber lässt fehlen. Ich bin verschoben und hier wieder aufwachen. Wolle habe ich auch etwas gut. Wo packe ich Wolle hin? Erde, hier oben und weiter meinen Block abbauen. Die Lune, Erde, Gold. Ich hoffe, ich werde bald oder gleich oder nächste Schufe erheißen. Ich habe mir die Melona. Ich habe die Melona. Was bekomme ich danach? Sandhageöw. Lass mich einfach beherrschen. So, Erde, Erde abbauen. Was ist denn Erde, aber so viele Erdräume auch, sie dann auch sie dann nicht. Am meisten bekomme ich Erde. Toll, Erde kann man nichts kaufen. Da war eine Kiste. Nicht so gute Sachen wie die letzte Kiste. So. 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 Händler, Heier, Heier, Kuchen passen, Och Händler, Ey, haha, Ein Händler, Kommt sofort, Ja, und, Halt, Höchst, Ist auch nicht am besten, oder, Kuckuck, Oh, eklig tot, Und, weiter, mein Block abbauen, 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 Und, ab damit, weiter geht's, Eins, 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 kuck, x, so, Und, gut, klein, katzel, Na, du, tot, Schleim, Schleim, Na, ich brauche Fisch, Kann man hier runter, Schleim, 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 An der Leine nehmen, Kürbis, Woher, Hierher, Am besten, HALO, GOAL, HALO, 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 So, runter, kommen wir mal mit, und hier fallen Rüsse, niedliche. So, runter, kommen wir mal. Oh ja, ich siehst ja schon ein paar Eier schon gelingen. Moment, wechseln. Ah ja, gut. Entschuldige mich noch mal. Und... Wieso, Katze? Eins, zwei. Klop. Toten. Aha, eins, zwei. Los. Kühne an der Markt. Hose, Kapsel, Last, aus. Das ist süß, aber vielleicht ein bisschen süß, dann kann man mal machen. So. So. Ich bin heute schon fast auch für diese Folge. Tschüss.